Ich möchte gerade heulen, aber das gehörte wohl so. Das sollte so sein. Was ein Mann tun kann. Ich bin schon wieder da? Wirklich? Wirklich? Es ruhig weiter. Wirklich? 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 Ich kletter mal. Ich hoffe, der Bär kann nicht so gut klettern, aber ich habe mal gehört, Bären können auf Bäume klettern. Ich sehe aber meinen Speer auch nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich hoffe, der ist wirklich da, wo er jetzt hier schon wieder liegt. Wie auch immer er da hingekommen ist. Warte. Ja, ich muss wirklich... Oder geht das hier? Nee, da geht es nicht. Ich muss hier durch. Ich traue mich kaum richtig zu laufen. Wo kann ich hier überhaupt aufstehen? Weil ich ja dann auch lauter bin. Hier ist immer noch nicht mein Speer. Ich muss eigentlich gleich aufhören. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob ich hier Sneaky da durchkomme. Das ist er doch nicht. Hä? Ich war doch gerade da. Ich habe gar nichts mehr. Gut. Alles gut. Super. Ich habe gar nichts mehr. Wo sind denn meine ganzen Sachen? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Alles gut? Je muss ihn auch sehen. Alles gut. Ich brauch doch den Speer Wenn ich hier rauskomme, dann nützt mir das nichts Ja Oh, okay, Distance Distance Na dann, ey, dann würde ich sagen, ist doch hier ein perfekter Standort, um zu speichern Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin, tschüss So, hallo liebe Leute Diesmal was anderes Ihr seht mich mitten in der Folge wieder Von hier kamen wir gerade Und hier müssen wir lang Wir konnten an der Stelle nicht speichern Wo ich tschüss gesagt habe Aber hier gab es einen Speicherpunkt Ein Checkpoint zum Glück Ich duck mal Lieber Damit wir Etwas leiser sind Da hängt er Nein, mich nicht Ich bin nicht da Ich bin nicht da Ich hänge nur Dann gehen wir mal hier einfach weiter Ist ja ein bisschen verwirrend Ist ja ein bisschen verwirrend die Höhle Also jetzt nicht Es sind nicht viele Gänge oder so Aber Ich hab schon das letzte Mal überlegt Ob ich jetzt hier da unten in dem Loch weiter muss Weil dieser Raum hier Sieht irgendwie Sieht irgendwie Wieder genauso aus Wie der, wo wir schon Das letzte Mal Gestartet sind Da ist auch so ein Loch Dahinten Aber ich glaub, wir müssen hier wirklich weiter Hallo Beruhig dich Bin ich da Oh, und da Da müssen wir wahrscheinlich letztendlich hin Ich weiß es nicht Ich glaub, hier einfach runterspringen und darüber Ja, glaub ich, nicht so die geilste Idee Ich kann es probieren, wenn ich jetzt sterbe Alles cool Bin ich da Bin ich da Ich muss mal kurz gucken, wie der patrouilliert Also wie gesagt Ich glaub, ich muss da rüber Wo bist du Du bist hier unter mir, ne Bin ich da Alles gut Okay, der geht zu der Leiche, ne Rein, 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 rein Okay Okay Das ist, glaub ich, jetzt erstmal so ein Unterschlupf Wo er nicht an mich rankommt Und er scheint mich nicht mitgekriegt zu haben Okay Akzeptieren wir das mal Und da drüben war ja das Nächste Ich glaub, ich mach das so richtig Ich weiß nur nicht, ob ich lieber schleichen sollte Der ist grad da, oder? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob ich mich trauen kann Warte mal, kann ich den hier sehen, vielleicht? Da geht er gerade hin Okay, ich versuch's mal Mit ducken Wobei wir da sehr, sehr langsam sind Mama Okay, okay, okay Okay Als ob es besser ginge, wenn ich mich im Bildschirm verkrieche, ne Und geil, wo kommen wir denn hier hin? Du kommst doch Du Du kommst mir hier nicht nach, ne Hallo Okay Geh ich einfach mal hier lang Geht das? Ich dachte, ich muss da noch gegenüber in die Höhle Nicht, dass ich hier gleich irgendwo Runterrasse Hier scheint es nicht weiter zu gehen Speichervorgang Oh War das etwa doch richtig? Da ist nix, ne? Da ist nix Das scheint richtig zu sein Okay Jetzt sind wir da Wo ich dachte, dass ich rein muss Diese Musik noch dazu Ah Oh Gott Scheiße Ja, ne Das nicht Aber Wir müssen ja auch irgendwie weiter Geht's da gegenüber weiter Wo er gerade lang geht? Das wär ja doof Nee, da Hier nicht Oh, er schnüffelt Er schnüffelt Back up Back up Ich bin nicht da Mach dein Ding Ich will eben lieber nochmal Ne Runde rumgehen sehen Die kann man auch durchgucken Du kommst nicht hier rein, ne? Du kommst nicht hier rein Wo bist denn du jetzt? Hallo Oh Gott Oh Gott Oh Gott Du kommst nicht hier rein, ne? Du kommst nicht hier rein Alles cool Alles cool Da hängt er wieder Frisst ein bisschen was Und wenn er da an dieser An diesem winzigen Schalter vorbei ist Ich glaube, Stöcke einsammeln bringt uns jetzt nichts Mal eben ein Feuer machen Nee, ich glaub's Ist nicht besonders sinnvoll Ich muss ja wahrscheinlich sprinten Das ist noch zu nah Gut Scheiße Weg, weg, weg Ich muss immer mithelfen Ich muss mich dabei bewegen, Leute Geht nicht anders Warte mal Ich fühl mich hier nicht sicher Das ist Ich fühl mich hier nicht sicher Der kann doch hier hin Riechst du mich? Okay, da kommt er Da kommt er Okay Ich will erst sehen, dass er da Da hinten hingeht Hallo Okay Ach so Ich dachte, der könnte hier durch Okay Also ich glaube, hier sind wir erst mal sicher Ganz kurz Ganz kurz Ganz kurz Sicher Herz Dieser Bär, ne? Unkaputtbar Wie geht das? Ich hab den so zerstochert Der ist einfach nur ein Nadelkissen Ja, unser Schwer ist für den Wahrscheinlich auch nur Wie eine Nadel Merkt er nicht Warum diese Musik? Ich fühl mich, als wäre ich schon wieder da Wo ich angefangen habe Okay, vorhin waren wir hier Gott Aber es sieht alles so ähnlich aus Ich will einfach nur hier raus Ich mag den Bär von Weitem So zugucken Ist in Ordnung Aber Wenn ich mit ihm kämpfen muss Dann Habe ich ihn nicht ganz so lieb Was ist das? Okay, okay, okay Die pfeife ich mir gleich mal rein Die pfeife ich mir gleich mal rein Habe ich gesagt War wirkungslos Jetzt nicht Das habt ihr nicht gesehen Dass ich die jetzt Dass das jetzt völlig sinnlos war Dass ich die genommen habe Wie geht's mir? Hä? Okay Mir geht's nicht so gut Aber ich kann das nicht mit Schmerzmittel behandeln Weil ich überhaupt keine Schmerzen habe Das habe ich völlig umsonst, glaube ich Mal eben Zwei Tabletten Oder vier Tabletten sogar verbraucht Junge, du siehst nicht mehr gut aus Notfallspritze Okay, das ist auch gut Zerrissenes Papier Papa Als die Lichter kamen Mussten wir aufbrechen Wir dachten, dass du hier auf deinem alten Pfad Vielleicht Pause machst Aber wir konnten nicht warten Die Jagd läuft gut Genauso wie wir es in Erinnerung hatten Für dich wahrscheinlich sogar noch besser Wenn du das findest Ruhe dich ein bisschen aus Wir warten an der Küste auf dich Leiser Ne, das ist wahrscheinlich der Papa Okay Ähm Wie viel habe ich jetzt? Ich habe wirklich immer zwei Tabletten genommen Geil Okay Noch zwei Tabletten übrig Für einmal nehmen Und hier kommt garantiert der Bär wieder Oh Gott Von welcher Seite? Wo? Wo soll ich lack gehen? Okay Ich habe keine Ahnung Wo muss ich langen? Toll Ich weiß nicht, ob das richtig ist Und speichern kann ich hier nicht Naja gut Das nächste Mal, wenn wir sterben Probieren wir die andere Seite Oh ne Speichervorgang hier also Und da hoch komme ich nicht wieder Der hängt da gerade Super Da drüben ist wieder ein Unterschlupf Ja, hier sieht es nicht so gut aus Okay Das doofe ist, jetzt konnte ich hier gar nicht so richtig gucken Okay Okay Da scheint Nee, da scheint nichts zu sein Ich will nicht nebenbei hier irgendwie weggefressen werden Nur weil ich neugierig gucke Lass dich nicht stören Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Sag mir, wo du steckst Okay Da Da ist das nächste Das war jetzt wahrscheinlich laut auf euren Ohren Ich entschuldige mich vielmals Jetzt geht der nur hin und her Wie es aussieht Der Poppes Bleib doch nicht hängen Bitte Wenn du da hängen bleibst Kann ich nicht weiter Okay Okay Und hier ist halt immer noch nix Weiter der Frister Sonst ist hier nix Oder ist da noch ein Loch, wo wir rein müssen? Hier da gegenüber Ich meine da ist noch ein Loch, aber müssen wir da rein? Nee, wir können hier weiter wahrscheinlich, hoffentlich Okay Ich will meinen Speer Ich will nochmal ein bisschen auf ihn einstochern Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Den angeblich legendären Speer Wer schaffe den Speer? Ja Der legendäre Speer Mit dem man nur 50 Mal Hinhauen muss Dann haben wir das auch schon geschafft Okay Hier ist einfach nochmal so ein Kleiner Raum Ah, ich war gerade nicht geduckt Okay Kommt der hier hoch? Nee, ne? Bist du unter mir? Ja Ich möchte da hin Wird hier aber schwierig, ne? Wahrscheinlich muss ich wieder den langen Weg nehmen Und meine Hände zittern wieder Amen Amen